Hi! Wegen Tommy Fesch und die wegen DJ Boomer natürlich, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Vorgruppe. Ich finde es total cool. Die Show ist super und es macht Spaß wieder zuzuschauen. Die Musik ist klasse. So lange es solche gibt, macht es richtig Spaß. Ohne sie hätte ich keine Freude an der Musik. Wohooo!